Ich bekomme so viele Nachrichten, ob es mir schon besser geht. Wir wissen leider immer noch nicht genau, welche Krankheit es ist. Und deswegen ist es auch schwer, sie zu behandeln. Ich kann nur was gegen die Schmerzen nehmen. Und deswegen geht es mir nicht wirklich besser. Aber im Krankenhaus habe ich einen Ernährungsplan bekommen. Ich darf jetzt nicht viel essen und das Essen schmeckt nicht besonders gut. Aber dafür geht es meinem Bauch viel besser. Und deswegen konnte ich heute sogar eine Stunde zum Strand fahren. Die Jungs sind sogar auf eine andere Insel gefahren. Da konnte ich leider nicht mit. Ich darf leider kein Fett oder Öl essen. Und nur leicht verdauliche Lebensmittel. Und nur ganz kleine Mahlzeiten. Das ist wirklich nicht so einfach. Ich will unbedingt wieder ein Eis essen.